Was ist die Kernbotschaft für dich von diesem Büchlein? Weißt du, was du hast, nicht ich, weil ich weiß ja, was ich geschrieben habe. Ich habe das sogar vorgezogen. Es gab zwei Bücher dazwischen, die liegen noch bereit, die werden dann kommen. Aber die habe ich vorgezogen, weil diese Zeit diesen Text, diesen Inhalt jetzt ganz besonders braucht. Jetzt, wo sehr viel Trennung passiert, so sich die Fronten ein bisschen so auftreten, und zwar in einem anderen Bereich. Aber es ist ja eigentlich egal, in welcher Form, dass die Fronten sich manchmal so verhärten können. Das haben wir jetzt, darum habe ich das vorgezogen, damit eigentlich Jung und Junggebliebene davon profitieren können. Ja, also es geht um natürlich, wie der Titel schon seht, um die kleine Libelle. Die Titel von Beiman Hufe Vielen Dank.